Es gibt ja jetzt so ein Ding, äh... Könnt ihr euch mal unterstützen? Ich fäng einfach vor, ihr seht hinterher. Wichtig ist eigentlich nur, dass man nicht als letzter aufhört. Der Rest ist halt egal, ok? Ich mach wieder einen Remix von, nur mit dir in der Stelle. Ja, kennt ihr diesen Begriff? Self-fulfilling Prophecy. Das ist, wenn man von vornherein ankündigt, was passieren wird. Da singen irgendwelche Arschlöcher, scheiß Kondom und schon kommt so ein Peace Chor daher. Das kann doch nicht wahr sein, Leute! Das ist doch nicht mein geliebter Köln! Mein geliebter Köln ist viel lauter! ... .. Klieri 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 Oh, 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 oh. Ich habe mich auf den Kopf gesetzt, ich bin da ein paar Jahre alt, die hochsteuert, die hochsteuert war, die wunderschöne Höhle, die wunderschöne Höhle, die wunderschöne Höhle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020